Moin yourself mit Millionäre und die, die es noch werden wollen oder die, die es niemals werden werden, ich esse jetzt nochmal schön hier Pfannkuchen und dann müssen wir uns noch ein bisschen Kommentare beantworten, denn ich wurde jetzt dazu genötigt, da ein bisschen Stellung zu nehmen und das mache ich auch sehr gerne. Also du wirst jetzt zerpflückt, aber du musst dir dessen bewusst sein, dass ich das jetzt nicht mache, um dich auseinanderzunehmen, sondern weil ich einfach dir erklären muss, wie die Realität ist. Mmh, lecker, lecker. Also, da ist ja was reingekommen hier. Es gibt ja Leute, ich habe es natürlich auch noch auf Facebook gepostet. Ich bin ja selbst auch auf Facebook tätig, seitdem ich mich selbstständig gemacht habe. Für sowas braucht man schon Facebook. Vorher war ich da nicht so aktiv und ja, da sind natürlich Menschen bei, die ja, komplett Realitätsaffären ab irgendwo in ihrem Kämmerchen sitzen und oder auch nicht, auch vielleicht in einer schönen Wohnung, aber trotzdem meine ich mal den Schuss wohl nicht gemerkt haben. Das werden wir jetzt in den Kommentaren feststellen. Wir fangen mal an. Der mmimo, der hat nämlich geschrieben vor 14 Stunden, YouTube-User zum Investieren zu bringen ist, eine dumme Idee, Ausrufezeichen. Geh zur Bank und frag nach einem Kredit und wenn die Nein sagen, weißt du warum. Ich habe dann auch schon geantwortet, kann ich auch nochmal vorlesen. Mann, bist du schlau. Wahnsinn. Vielleicht hast du es jetzt nicht mitbekommen. Ich lebe momentan nicht in Deutschland. Ja, eine Bank, eine Deutsche Bank gibt mir natürlich keinen Kredit. Ich lebe ja momentan nicht in Deutschland. Hast du eigentlich schon mal was von Crowdfunding gehört? Google das mal, ist interessant. Ich selbst habe mich vor, in vergangenen Jahren schon oft bei sowas beteiligt und habe etwas gekauft, damit die Startup-Firma besser in die Gänge kommt. Tut nicht weh und ist eine gute Sache. Macht ja manchen Menschen auch Freude, anderen zu helfen, voranzukommen. Was wollen wir noch hinzufügen? Ja gut, meine Bank hat mir ja ein Dispo eingerichtet. Ich habe natürlich noch ein deutsches Bankkonto. Ich bin ja auch noch in Deutschland gemeldet. Ich bin ja auch bald wieder in Hamburg. Spätestens dann, wenn wir richtig am Produzieren sind, dann muss ich ja wohl mal in Hamburg noch ein bisschen was machen, solange ich noch keine, nicht genug Geschäftspartner gefunden habe, die Produkte entgegennehmen wollen und die dann weiter vertreiben wollen. Sagen wir es mal so. Ach, der hat ja noch was geschrieben. Wemersburg ist nur illegal, wenn man versucht, Leute davon zu überzeugen, dass wenn sie dir Geld schicken, das Doppelte am nächsten Monat wieder bekommen. Würde es so gut laufen, bräuchtest du dich nicht in YouTube auf der Suche nach Geldern machen. Das riecht schon nach Abzocke. Was hat der denn da für ein Video geguckt? Also wir sprachen ja eigentlich davon, als Beispielsumme jetzt diese 50 Euro zum Beispiel oder 5.500 ist egal. Also bei 50 Euro sind das die 50 Euro zurück plus 20% Zinsen nach 14 Monaten plus die Firmenanteile. Das wäre 1% auf 50 Euro, das sind nochmal 42 Euro pro Jahr, also 3,50 Euro im Monat. Also die nächsten Folgejahre dann, also nach dem 14. Monat, 12 Monate nochmal später, gibt es dann nur noch 42 Euro im Jahr. Und das ist einfach, das ist auch so ein recht normaler Kurs eigentlich, wenn man sich an der Firma beteiligt irgendwie. Ich habe das mal versucht rauszufinden, da müssen wir auch Karl S. mal fragen. Schade, dass der, die Jungs musste eigentlich nochmal wieder E-Mails gucken, ob die mir nochmal geantwortet haben. Die haben mich angeschrieben, ey pass auf, Karl hat mich persönlich beauftragt, dich mal zu kontaktieren wegen Termin machen, Telefon und so. Und dann habe ich geschrieben, ja gute Entscheidung, dass ihr euch dann entschieden habt, bei mir Geschäfte zu machen. Ruf mich einfach an oder so, aber ist noch nichts zurückgekommen. Ich weiß auch nicht warum. Schreibt noch ein anderer hier, der Jan Rekalder wollte investieren, aber nachdem ich sah, mit welchen Leuten geworben wird, kaufe ich doch lieber bei ein paar Microsoft Aktien. Alter, da hat er natürlich jetzt einen Hammer rausgehauen. Da muss ich nochmal ein schönes Stück von dem Pfannkuchen mit Schokolade mir reinfüllen. Hat er noch ein anderer was geantwortet? Ja, da hat er nicht ganz unrecht, glaube ich. Da hat er geschrieben, servus Jan, cooles, cooler Moment. Ich glaube, der Robin hat in den einigen Videos klar dargestellt, dass er zwar viel von Karl S. hält, aber nicht so viel von den Volum X Boys, die Karl und die Investoren in eine falsche Richtung gelenkt haben. Das hat er gut formuliert. Also der Karl S., der kann nichts dafür. Der hat sich auf andere Geschäftsführer verlassen. Ich glaube, der heißt Momo sonst was. Und die haben da irgendwie, ja, vielleicht auch gar nicht bewusst irgendwie oder was. Man weiß es, ich bin da nicht drin. Aber es kann auch gut sein, dass sie sich da einfach mal komplett verhauen haben. Es ist ja, wäre jetzt nicht das erste Mal im Leben auf diesem Planeten, dass jemand irgendwie tradet zum Beispiel jetzt mal und sich da ein bisschen verhaut und auf einmal sein Geld da verliert. Aber ich bin da nicht drin in der Materie oder so. Ich glaube, darauf muss ich noch ein Stück nehmen. Das ist jetzt hier Banane mit Schoko. Kostet 45 Peso später. Was für 90 Cent. Ich denke, der Robin ist ein guter Typ, auch wenn er natürlich manchmal politisch korrekt agieren soll. Fick dich, was politisch korrekter agieren, Digga. Na, das Schwanz lutschen kannst du mal. Was soll das denn jetzt hier? Finde es cool, wenn du dich noch zu einem Investment- und Rollsprojekt entscheidest. Wir sind eine kleine, aber ehrliche Community. Wie diversifizierende Meinungen zu KLS und auch zu den Boys. Habe ich auch schon gehabt, mit welchen Leuten werbe ich denn? Also, ich habe ja nicht für die Volume X geworben. Ich habe die Volume X Leute, die dort investieren haben, angesprochen in einem Video. Ich habe gesagt, pass mal auf, wenn du mal was Richtiges investieren willst, so ein richtiges Geschäft mit einem handfesten Produkt, dann kann ich dir das und das vorschlagen. Das sind 7% Rendite kann ich dir da anbieten. Mehr ist nicht drin, weil wir, es ist ja so, ich bin ja eigentlich auf die Philippinen gekommen, wegen der BAMOS Produkten, okay? Irgendwann habe ich gesehen, ich habe mich schon immer für alle möglichen Geschäfte interessiert, dass Fast Food läuft ja auch sehr, sehr gut, ne? Und ein zweiter Hintergedanke, den ich bald hatte, wo ich dann so gegrübelt habe, hier gibt es ja doch schon ganz viel Armut. Das hat ja auch mit Jobs zu tun. Und mit Bildung. Und Fast Food ist natürlich quasi so ein Zapfenstreich, ne? Du kannst relativ ungebildete Leute, die nur die normale, ich sage mal die Realschule oder Hauptschule abgeschlossen haben, kannst du quasi in so einem Business beschäftigen, ne? So ein bisschen Pfannkuchen braten und verkaufen. Und man kann damit viele, viele Arbeitsplätze schaffen, ne? Also wir werden in den nächsten Jahren, das kannst du auf diesem Kanal sehen. Aber an den einen würde ich so sagen, bitte deabonnier mich. Ich hoffe, du guckst meine Videos nicht weiter. Das brauchst du nicht. Da guck lieber, geh lieber, guck lieber Ungelvideos oder kein Dislike jetzt, aber irgendwie guck da wieder lieber irgendwelche Nonsense-Videos, irgendwelche Pranks oder Challenges, wer am meisten Hamburger essen kann oder Cola trinken kann oder was. Was weiß ich, der Geier, ey. Aber lass mich doch mal zufrieden hier. Wir machen hier ganz solide Projekte. Da steckt richtig was hinter. Die Bambus-Produkte, da werde ich später noch ein paar tausend Millionen umsetzen, Freundchen. Und da werde ich einen ganzen Batzen hier erstmal, da werde ich hier Kinderheime bauen und arme Straßenkinder von der Straße holen. Und die füttern ihr ganzes Leben lang und die ausbilden, bis sie erwachsen sind. In meinen eigenen gebauten Schulungszentren, wo Musik spielen, Handwerken, Gartenarbeit, Müllentsorgung, all sowas machen wir dann, ne? Also, ich weiß nicht, wo du herkommst, aber naja. Also, mit den Leuten, die geworben habe ich da nicht, sondern ich habe den Investoren und auch den VoliMX-Typen, weil die haben ja alle 20, 20, 20 Millenet, haben die ja alle in der Tasche jeden Monat. Da kann es ja für die nicht so schwer sein, mir mal da einfach so ein 500 Euro oder so ein 5.000 Euro Kredit mal zu geben. Wir kriegen ja wieder, so. Das heißt ja gar nicht so. Ähm, ja, ich habe da noch ein bisschen was geantwortet. Ach so, ja, dann ist der Hammer. Okay, ich spreche das jetzt mal frei raus. Und dann sagt er doch tatsächlich, da kaufe ich doch lieber ein paar Microsoft-Aktien. Ich habe doch was zu geschrieben, könnt ihr auch selber nachlesen. Also, pass mal auf, Kollege Jan Redelka. Also, du hast komplett den Schuss überhaupt nicht verstanden. Ich weiß nicht, was für Medien du dir reinziehst, aber schalt mal erstmal deinen Fernseher aus, ja, und informiere dich mal ein bisschen über Microsoft oder den Besitzer von Microsoft, das ist nämlich Bill Gates, was der so noch auf der Welt treibt, ja. Übrigens will der gerade eine Impfung auf den Markt bringen und das ist die erste Impfung seit Menschengeschichte, die quasi die Gene unseres Körpers verändert, ja. Das ist eine Genmanipulation. Es gibt ja Menschen, die sagen, hey, ich würde niemals einen genmanipulierten Maiskolben essen oder eine Tomate oder so. Und jetzt wollen die sich aber so eine Spritze reinziehen. Also, der Mann, der Bill Gates, der darf ja in gewisse Länder nicht mehr, da sollte der nicht mehr einreisen, da kommt der nicht mehr raus. Der steht da auf der obersten Liste beim FBI dort, oder wie die heißen, der wird sofort festgenommen und der wird auch lebenslang im Knast sein, weil für die ist der ein Massenmörder, ne. Das muss man mal ganz klar sagen. Der hat Versuche gestartet, mit Impfungen und so weiter, und da sind Menschen bei gestorben und viele Menschen behindert geworden und andere konnten keine Kinder mehr gebären. Das ist ja auch letztendlich von Bill Gates ein offenkundig von ihm gesagtes Ziel, die Populationsrate zu verringern. Das denke ich mir jetzt gerade nicht aus. Also, wer mit solchen Typen, wer solche Typen noch freiwillig unterstützt, der braucht hier nicht bei mir irgendwie meine Videos gucken. Also, ich arbeite eher genau auf der anderen Seite, und zwar für die Menschen, die es wirklich brauchen, die wirklich Hilfe brauchen, und Bill Gates macht sowas nicht. Also, wenn Bill Gates könnte, dann könnte der ganze Kontinente, dann könnte der ganze Kontinente in den Wohlstand versetzen, indem der dort verschiedene Fabriken errichtet, wo was hergestellt wird. Fabriken bringen immer viele Jobs, ne. Wenn du nur eine Fabrik machst, da sind 500 oder 1000 Angestellte, das ernährt dann schon mal 4000 Leute, so kann man sagen, weil die bringen ja alle das Gehalt mit nach Hause, da wird noch Oma, Oma, Opa, Oma, und sonst wer mit finanziert, versorgt, Essen gekauft und so weiter. Also, ich habe ja auch Microsoft, habe ich glaube ich auch geschrieben, aber das ist ja nicht freiwillig so, sondern das war notgedrungenerweise, benutze ich Microsoft, weil ich mit Apple nicht umgehen kann, und das auch teurer war, und es nichts anderes gibt, okay? So, das hören wir mal ganz von ab. Also, es gibt dann ja freiwillig oder notgedrungenerweise unterstützen, also ich unterstütze ihn auch, aber nur notgedrungenerweise. Junge, 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 also wo du herkommst, was du da so machst, das möchte ich nicht wissen, ey, da wird es mir ganz schaurig doch. Und dann kommentiert so ein Typ bei mir auf meinen Videos, ey. Ich versuche das Video jetzt echt kurz, Ola, du outest dich hier richtig. So, da habe ich auch geschrieben, pass auf, da hat ja der Kollege geschrieben, ja, vielleicht schickst du dem, Herr Robin hat doch noch was und so, und da habe ich geschrieben, nein, Mann, von dem will ich gar nichts haben, selbst wenn der Jan mir da 20k schicken würde, da schicke ich dem sofort zurück, obwohl ich ja 20.000 Euro, wenn ich jetzt einmal 20.000 Euro hätte, dann hätte ich ungefähr in drei Monaten eine Fabrik, die täglich, ja, täglich ungefähr 4.000 Artikel herstellen würde, also verschiedene, und das würde bedeuten, nach einem halben, nach einem halben, dreiviertel Jahr hätten wir dann locker so eine 2 Millionen, 2 Millionen Umsatz definitiv schon raus, und ich würde dann schon längst hier wahrscheinlich so, ja, sagen wir mal, gute 350 Angestellte haben, die dort irgendwie lecker Pfannkuchen und so weiterverkaufen, alles junge Frauen, Männer können auf dem Bau arbeiten und so, die können so ein bisschen andere Jobs machen, Getränke-Service, irgendwas Lieferservice, Bau und Autoreparieren, Schweißen irgendwas, Frauen, da geht es dann eher so, Verkauf, was drin, So, dann schreibt ja meine Kollegin, Hazy Maisy, außerdem mit Sicherheit, ein unseriöses Angebot, mit Sicherheit, bist du dir da sicher? Ein unseriöses Angebot, was du da uns verkaufen willst, findest du nicht, Robby Fahrzeuge, und damit, damit wird niemand reich, du Schauspieler. Achso, ja, das war ja zu, zu dem Video, was ich letztens noch hab, mit dem schwarzen Text, äh, bei mir gibt es 7% Rendite. Ja, 7% Rendite, kannst du dir selber ausrechnen, wie, wie viel du im Monat haben willst, und wie viel du investieren willst. You say hi to my friends. I'm hi, guy. You say something like, äh, what's up, YouTube, I don't know how. They're going here. Hi, what's up, hi YouTube, what's up? Hi guys, what's up, you subscribed, the channel of clear robin, thank you. so, ähm, 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 leider ähnlich, nichts gegen dich, Robin, du, äh, äh, aber du weißt ja noch gar nicht, ob du mit deiner Idee guten Umsatz machst, und, um auf diesem übersättigten Markt ein Franchise zu etablieren, ja, ich bin auf den Philippinen, Junge, hier ist nichts übersättigt, wir haben hier, wir haben hier 6,2% äh, äh, Dingsbumsrate, Freundchen, also in Hamburg, in Deutschland haben wir 2% oder was, ne, das haben wir ja gerade, wir wirkt, Wirtschaftswachstum 6,2% war 2018, in Deutschland liegt das Wirtschaftswachstum bei 2%, ist ja klar, weil, ist ja mehr entwickelt als hier, ähm, ich fände das witzig, ähm, also, er kennt mich wohl noch nicht, er hat meine Videos wohl noch nicht gesehen, ich hatte letztes Jahr schon mal einen Laden, Kollege, und, ich kenne sehr gut den Markt hier, und, äh, hier entstehen irgendwie so, gefühlt jeden Monat irgendwelche neuen, äh, Ketten, ich poste das auch immer extra auf meinem Facebook, also, du kannst ja auch woanders irgendwie einfach, so ein Foodcard kaufen, ähm, du jetzt nicht, weil du jetzt ja irgendwie so, ne, aber, vom Ding her, ähm, da gibt es schon ganz schön viel, unser Vorteil ist einfach nur, dass wir halt auch ein bisschen bessere Qualität machen, besseres Essen, was anderes, was anderes, das ist immer so, wie ich schon gesagt habe, stelle ich 1960 in Hamburg da an die Kreuzung, und sagt dir, pass auf, da in der Ecke, wenn ich jetzt da jetzt einen Dönerladen aufmachen würde, würde vielleicht laufen, ja, würde sehr gut laufen, oder ist gut gelaufen, ähm, das ist hier dasselbe, den Vorteil haben wir hier einfach, äh, wir Ausländer, also Deutsche, Amerikaner, sonst was, die hier wohnen, wir sagen immer, ja, die Philippinen sind so 50 bis 100 Jahre zurück, ne, also, hier ist noch einiges zu machen, ähm, so, ich muss noch weiterlesen, weil er hat da noch ein bisschen was geschrieben, äh, später, ähm, so, und dann, äh, man geht mit dir ja keinen wirklichen Vertrag ein, ja, bei 50 Euro, ne, also, pass mal auf, Kollege, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber es gibt ja manchmal so Menschen, die machen so YouTube-Streams oder irgendwas, und dann gibt es da irgendwelche, irgendwelche Minderjährigen teilweise, die schicken dem dann einfach mal einen Swanny oder irgendwelche anderen Erwachsenen, die schicken dem mal so eine Spende, also, du musst dir vorstellen, da sitzt ein Millionär vorm, vorm Computer, der heißt zum Beispiel Unger Ungespielt, muss mal googeln, ist so ein YouTuber irgendwie, der macht so, ja, eigentlich redet der den ganzen Tag nur über irgendwelche anderen YouTuber, also, so, ein Nonsens-Computer redet über andere Nonsens-Kom, äh, äh, und da gibt es dann tatsächlich Menschen, die spenden diesem Millionär noch Geld, oder so ein anderer ist Montana Black, der spielt Computer so und redet ein bisschen über Gott und die Welt, irgendwas, da gibt es Menschen, vielleicht im Fall, fangen wir sogar Hartz IV oder irgendwas, die schicken diesen Millionär tatsächlich noch einfach mal so ein Zehner an Spende, also, die wollen gar nichts wiederhaben, die sagen, hey, ich finde dich toll, ich schicke jetzt ein Zehner, so, äh, bei mir ist es jetzt anders, ich sag, pass auf, äh, äh, wenn du Bock hast, mir einen Kredit zu geben, äh, wenn du Bock hast, äh, Firmanteile zu, äh, zu kaufen, dann, äh, können wir das machen, äh, ich könnte das jetzt gut gebrauchen, dann können wir richtig, richtig Gas geben, äh, also könnte das Geld auch weg sein, ja, okay, und wer, äh, schon wegen 15, ein paar hundert Euro, ja, ja, und dann habe ich ja gesagt, in dem Video, ja, kann es auch gern herfliegen, und ich abknall oder irgendwas, äh, ja, da wäre es natürlich die andere, die andere Situation, wenn er zum Beispiel der, äh, Lorenz Konard sagt, ähm, hier, pass auf, ich schicke dir jetzt 5000 Euro, jetzt gibt mal voll Gas, da, wir wollen jetzt in einem Monat so, so, da die ganzen Verkaufswagen und 24 Jahre und alles Mögliche sehen, und dann bauen wir deine Bambusfabrik auf, dann würde sich das für den natürlich lohnen, irgendwie, wenn er sagt, okay, pass auf, lass uns mal einen schönen Urlaub machen auf den Philippinen, Philippinen hat ja die, ähm, eins der schönsten, viele der, der Orte, der auf den Top 10 Rankings, auf verschiedenen Webseiten, der schönste Urlaubsort der Welt, da sind die volle Philippinen ja auch, äh, ziemlich oft dann vertreten, weil es ja einfach geile Orte gibt, könnten die Jungs ja verbinden, sagen, pass auf, lass uns mal einen geilen Urlaub machen, hier, äh, äh, schönste Strände, Berge, irgendwas angucken, äh, fahr'n wir noch kurz hier in den Gunshop, kaufen und dann knallen kurz mit dem Robin ab, und dann fliegen wir wieder nach Hause, so, äh, war nun mal so hingelabert, ne, aber so in Wirklichkeit ist sie, die Realität sieht hier so aus, von daher, ja, auch die Idee, dass, ähm, wenn man ein eigenes Geschäft über dich beziehungsweise darf, eigentlich nur deine Frau, ja, so, ich bin, äh, ich bin mal mit meiner Frau verheiratet, äh, letztes Mal standen wir beide auch im Gewerbeschein drin, äh, das, das geht schon, das geht schon, ähm, und, ja, letztendlich ist es nicht auf deinen Namen, sondern, äh, ja, sehr fragwürdig, bei dir sind vielleicht viele andere Sachen auch sehr fragwürdig, bei mir ist zum Beispiel sehr fragwürdig, warum ihr alle so drauf steht, euren Müll so, äh, so, so megamäßig zu trennen und Elektroautos zu fahren, und dann guckt mal auf den Rest auf der Welt, so, ne, hier ist das kleine Deutschland, hier ist die Weltkugel, 90%, äh, 80% der anderen Länder, ne, 90% der anderen Länder, die fahrenden Autos, also da, äh, da haben die noch nicht mal gehört, dass da ein Cut eingebaut sein muss, also du brauchst mir da nichts erzählen, ne, ja, tatsächlich, gut, äh, wie auch immer, brauchen wir nicht gar nicht mehr weiter erzählen, äh, so, jetzt hat er aber noch geschrieben, Werosbock, jetzt nicht leere Phasen schlagen, sondern auf meine Punkte, äh, gegen Argumente bringen, äh, so, äh, mit so einem kurzen Dreizeiler rauswinden zu wollen, ist nicht sonderlich souverän, lieber Ed, ähm, ich bin auch gerne bereit, wir können auch immer, ich muss mal ein Discord auch nochmal, ein Discord-Kanal erstellen, zu Twitch-Zeiten wurde ja der, der gesprengt irgendwie, äh, ähm, ja, ich kann ja da alle Fragen beantworten irgendwie, also, ähm, wenn ich da noch irgendwas, wenn du da Fragen hast und so, dann, äh, klar, äh, können wir gerne über alles quatschen, also, ich hab da, keine Geheimnisse und ich teile auch gerne mein ganzes Wissen und so, vielleicht bist du ja ein ganz Schlau und sagst, Alter, jetzt hab ich ja aber eine einige Ideen davon im Raum, jetzt komm ich hier, vielleicht fahr ich da mal selber hin und mach da mal selber was, dann ist es aber ein bisschen anders, wenn du als Ausländer, äh, jetzt hier einfach hinkommst und ein Geschäft aufmachen willst, das geht auch, dann musst du aber erstmal was einzahlen, dann musst du erstmal, äh, äh, ein bisschen, ein bisschen mehr bezahlen, um den Gewerbeschein zu kriegen, ich muss jetzt quasi nur ein Zwanni bezahlen für den Gewerbeschein, durch meine Frau halt, weil, äh, sie eine Eingeborene ist, ähm, das ist für ein Nicht-Eingeborene dann doch ein bisschen teurer, aber für Carl S. Jungs oder so, wäre das jetzt auch kein Problem, die könnten jetzt auch sagen, pass auf, wir gehen jetzt auf die Philippinen und machen hier mal 20 Juicery-Läden auf, Juicery auf den Philippinen wäre es aber schon wieder ein bisschen schwierig, es gibt ja auch so andere Geschäfte, die heißen zum Beispiel, ähm, Black Scoop Café, kannst du mal googeln, haben wir auch eine Freundin, die so ein Ding besitzt, also da isst du wirklich, da kriegst du einen Kaffee, der kostet zwei Euro, ne, äh, eine Milchschokolade kostet wirklich 100 Pesos, zwei Euro, und dann kriegst du so ein Stück Kuchen, auch so zwei, drei Euro, und so, also richtig teuer eigentlich, im Verhältnis zu einem anderen so, oder so einen kleinen Teller mit ein bisschen Chicken Wings und Dings Bums, äh, da mal eben gleich 250 Pesos, das kaufst du irgendwo auf der Straße, da sieht's dann nicht ganz so, äh, ordentlich zubereitet aus, da kostet's dann halt nur einen Euro, anstatt fünf Euro, ne, das macht schon was aus, aber selbst die machen Kohle, also selbst die Frau macht Kohle, die ist quasi eine philippinische Millionärin, wenn du so willst, also eine Million auf den Philippinen sind 20.000 Euro, das ist ja nicht viel, so, ähm, ja, ähm, achso, nee, jetzt muss ich auf die, die hab ich schon beantwortet, jetzt kam nochmal ein unbeantwortetes, ich hoffe, ich hab es nicht, wenn ich was vergesse, schreibt es mir, wer ohne einen seriösen Bissetplan in sowas investiert, hat den Verstand verloren, gibt es sowas? Ja, also es gibt tatsächlich, ähm, hunderttausende, äh, völlig verstörte Menschen, äh, die spenden sogar, die spenden, die wollen gar nichts wiederhaben, die spenden sogar, äh, Gelder an, irgendwelche anderen, äh, YouTuber, äh, jetzt, äh, die, die da irgendwelche, ja, Smalltalk-Videos machen, oder auch ein richtig ein bisschen was, äh, was berichten oder so, jetzt nicht so Weltgeschehen, also KuchenTV mal jetzt zum Beispiel, jetzt nicht so Weltgeschehen, sondern nur berichten über irgendwelche anderen YouTuber, oder irgendwas, was eigentlich auch nur On-Nonsens sind, also solche Leute, die empfangen ja Spenden, musst du mal vorstellen, da gibt es Leute, die setzen hier und sagen, okay, pass auf, ich ziehe dir mal, ich schicke dir mal 10er, könntest zwar eigentlich selbst, äh, deine 100.000er Monat machen, aber wenn du zu blöd da bist, dann muss ich dir halt mein ganzes Leben lang, einen 10er Monat schicken, oder was, so läuft das Thema bei vielen, äh, äh, YouTubern ab, oder so, ähm, ja, also, es, es, es gibt sowas, ja, bei 50 Euro, oder was, äh, braucht man da jetzt nicht, äh, ich hab natürlich ein bisschen Plan, äh, ich weiß jetzt nicht, was du da jetzt, äh, sehen willst, also, und der Bisschen, mein bisschen Plan, besteht jetzt nur daraus, dass ich weiß, was ich einsetzen muss, und was ich rausbekomme, und, ähm, und was für ein Produkt, das sich handelt. Ja, der MM-Immo, der hat, äh, nochmal vor neun Stunden, äh, hh, 200, äh, 1200k, zu dem Unboxing, als ich meinen YouTube-Button, geantwortet, angeboxt habe, da habe ich ja echt mich auch vertan, aber weißt du, manchmal mit den Nullen, nur 1, 2, 3 Nullen, mehr oder weniger, es spielt doch auch, äh, das sind doch auch nur Nummern, ne, sind doch auch nur Zahlen, irgendwie, weißt du, und Geld ist ja auch so eine Sache, ne, also, das muss man alles nicht so eng sehen im Leben, äh, nimm den Volumis-Vertriebler, Vertriebler so viel, wie es geht, ab und gib es ihnen nicht zurück, genauso machen die es nämlich auch, behalt, ähm, behalt bei denen immer im Hinterkopf, dass sie das Geld und Lokotrug erstaunt haben, äh, ergraunet haben, also, Volum X, ich bin da gar nicht so in der Materie drin, ehrlich gesagt, ähm, erstens ist es ja quasi, ein Trading, ne, also, da ist immer ein gewisses Risiko dabei, das ist jetzt nicht so, wie zum Beispiel, ähm, oh, ich esse nochmal kurz ein Stück Pfannkuchen hier, wie ein handfestes Produkt, was du an die Menschen, einfach vertreibst, ähm, weil, da ist ein Konsumverhalten, ne, also, die meisten Menschen brauchen eine Nahrung, ähm, um es zu überleben, so, dann müssen die mal was essen irgendwie, und, viele sagen da auch immer, pack mal auf, ich habe jetzt gar keine Zeit, schnell was zu kochen, ich hole mir jetzt nochmal kurz ein Pfannkuchen, oder ein Schaschik-Spieß, oder eine Burger, oder eine Pizza, oder irgendwas, okay, Volum X, also, der KLS, ist ja bei vielen sehr umstritten, wie fing das an, da fing schon vor 5, 6 Jahren an, oder was, da gab es einen Riesen-Hate auf den Mann, warum, weil er sich mit zwei Typen verstritten hat, Tim Gabel und Niscope 21, warum war das? Weil die immer gieriger wurden, immer gieriger wollten, die, die wollten immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer mehr, dieselbe Situation ist jetzt nämlich gerade auch passiert, vor ein paar Monaten, das hat nämlich der Matthias Clemens sehr schön auch mal erzählt, wie das dann so ist mit den beiden Jungs, die beiden Jungs sind nicht wirklich Ehrenmänner, ein Ehrenmann ist, wenn du sagst, pass auf, wir machen ein geschäftliches Verhältnis, und ich stehe zu der Firma, das sind die beiden Jungs nicht, die beiden Jungs, die hatten da irgendwie noch ein anderes Produkt, wo sie dann auch noch vielleicht einen Cent mehr verdienen können, oder einen Euro, oder einen Hunderter oder einen Tausender, und dann haben wir gesagt, du, pass mal auf, wir würden da gerne das und das machen, weil da können wir noch mehr verdienen, wir verdienen da jetzt nur so und so viel Tausend im Monat, und ja, jetzt könnten wir da noch einen Tausender mehr verdienen, oder 10.000, oder wie auch immer, so, und da hat der Matthias Clemens dann gesagt, pass auf, dann fickt euch doch, ja, um die Kurzfassung jetzt mal, also, da hat man schon gesehen, die beiden Jungs, und, ähm, sind einfach auch keine feinen Ehrentypen, die wirklich sagen, pass mal auf, ich stehe zu deiner Firma, zu deinem Produkt, deswegen vermarkte ich das seit Jahren, oder irgendwas, und, ähm, naja, dadurch wurde KLS gehatet vor, vor, vor fünf Jahren, weil die sich da auch verstritten hatten, jetzt hatten die beiden selben Jungs mit dem anderen, genau, ähnlichen Streit, okay, dass sie mehr, mehr, mehr wollten, obwohl die Jungs ja wirklich, ein Schweinegeld verdienen, ne, die verdienen ein Schweinegeld für Scheiße machen, ne, also der, der Insko 21, der sitzt da vor der Kamera, und zeigt da TikTok Videos, TikTok müsste man eigentlich komplett verbieten, irgendwie müsste man das verbieten, was soll bloß aus unserer Menschheit werden, ich sehe das hier, selbst die Grace zieht sich manchmal nicht mal TikTok rein, nicht jetzt Rika Eben, sondern die Grace, ähm, unglaublich, unglaublich, äh, der, so, und, ähm, ja, da kam dann Feather Hate, weil die Jungs, also, es ist ja so, Trash ist ja, ist ja, ist ja mal, ähm, das ist ja geil, also, Pranks, ähm, Challenges, Tanzen, irgendwas, ist ja, danke, ist ja, ist ja immer, Trash ist ja immer, immer, immer willkommen auf YouTube und so, das gucken sich ja viele dumme Kinder an, so, vielleicht auch sogar Erwachsene, und, ähm, ähm, ja gut, KLS hat ja eh nie so ein Trash-Content gemacht, deswegen hat er da natürlich eh jetzt nicht so viel, äh, äh, Follower gehabt, jetzt kamen diese ganzen Trash-Follower von diesen beiden Jungs da, drauf, okay, jetzt, jetzt haten wir mal auch nochmal den, 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 den KLS da, weil das ein Spacken ist, so, übrigens raus an Karl S., ich mache ja auch Kunz und Consulting hier auf den Philippinen, ich berate, ähm, ich habe schon diverse Firmen, äh, beraten, die Bambus-Produkte herstellen, und das habe ich umsonst gemacht, jetzt muss ich aber auch gleich dazu sagen, ja, ich habe natürlich einen Hintergang, also letztendlich war es so, dass ich ja auch den Jungs gesagt, pass mal auf, hier macht man auch noch das und das Produkt und macht das jetzt mal ein bisschen besser, ich zeige euch das mal, ich habe da noch selber meine Maschinen noch teilweise mitgebracht, so, und, äh, jetzt haben die auch noch andere Produkte im Sortiment, und irgendwann werde ich halt auch einer von denjenigen sein, die dann einfach mal sagen, pass mal auf, jetzt machst du mal 10.000 Stück für mich, so, und die kaufe ich dir ab, so, ähm, deswegen, äh, kann ich das auch gerne jetzt umsonst machen, um den Jungs zu zeigen, pass mal auf, ich will euch nur was Gutes tun, äh, ich will, dass ihr, dass ihr wachst in eurem Know-how und in eurem, ähm, in eure Produktvielfalt, und später, wenn ich dann, äh, wenn ich dann mal was brauche, dann macht ihr mir das, und dann verkauft ihr mir das aber auch zu einem, zu dem Produktionspreis, und nicht jetzt irgendwie so, als wenn ich jetzt irgendwie so ein, so ein High-O-Pie oder sonst woher bin, und da gerade mal jetzt irgendwelche Bambus-Produkte kaufen will, ne, so, das war natürlich auch der Hintergrund, das habe ich den Typen natürlich auch, das wissen die natürlich auch, ne, also nicht warten die nur auf meine Bestellung, also teilweise, ähm, so, ähm, 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 ja, ja, die, die, also ich würde niemals, ich würde hier niemals, Ich würde dir niemals irgendwie jetzt, wenn die jetzt mir Geld schicken, würde ich ja niemals sagen, ey, der ist jetzt mit Zucker. Vor allem, ich schicke da jetzt nichts mehr zurück oder irgendwas. Natürlich würde ich den Volum X Investoren und den Volum X Vertrieblern ganz normal die Kondition geben. Das ist ein Geben und Nehmen. Die Vertriebler sind auch bestimmt alles keine Verbrecher, die irgendwie jemanden abziehen wollten, irgendwelche Investoren oder so. Letztendlich muss ich auch mal weiterdenken. Jetzt ist ja deren Geschäft auch erstmal tot. Also, jetzt finde ich mal einen, der bei Volum X investieren will. Dadurch haben die vorher ihr Geld verdient. Die haben ja auch eine gewisse Provision oder sowas erhalten, wenn doch welche anderen mittraden und so weiter und so fort. Also, ich weiß nicht, ob du da rechnen kannst. Aber ich kann mir vorstellen, dass das eher negative Konsequenzen hat für Volum X Vertriebler, dass das Ding jetzt tot ist quasi. Weiß ich nicht. Es hat Karl S. sogar noch gesagt, obwohl es nicht wirklich sein Schuld ist. Der Geschäftsführer ist ein anderer. Auf den hat Karl S. sich jetzt verlassen. Jetzt hat er sich wieder mal auf irgendeine fremde Person verlassen. Muss er ja manchmal. Und da ist er jetzt so ein bisschen, ja, auf die Schnauze gefallen. Oder es ist jetzt aber mal nicht gut gelaufen. Man weiß ja noch nicht mehr, ob dieser Chef von Volum X da, ob der es jetzt alles beabsichtigt gemacht hat. Oder ob der sich auch einfach mal ganz knallhart einmal vertan hat. Also, Fehler machen, Menschen machen ja auch mal Fehler. Das kann ja auch gut sein. Aber ich bin da nicht drin. Ich will da, kann jetzt auch alles falsch sein. Was ich sage, kann auch sein, dass alles komplett geplant, der Betrug war. Und die sind jetzt alle auch komplett aus dem Internet verschwunden, werden sich nie wieder und leben immer auf einer geilen Insel mit nur nackten Frauen auf einer Yacht. Und man weiß es nicht. Ich sehe das immer von so allen möglichen Seiten und ich kenne mich da nicht in der Materie gar nicht aus. Letztendlich, warum soll ich solchen Typen, die da voll die Kohle haben, die da durchs Traden richtig viel Geld verdienen, warum soll ich die nicht fragen? Ey, pass auf, kannst du mir mal ein bisschen unter die Arme greifen, kannst mir mal ein 500er oder 5000 was schicken. Ich kann da hier richtig was draus machen und ich schicke dir das auch zurück. Plus hin sogar noch und dann hast du ein bisschen Anteil. Finde ich jetzt gar nicht so verwerflich irgendwie. Aber das kann ja jeder sehen, wie er will. Wenn du HSV gut findest oder Bayern München und ich HSV oder so, dann können wir trotzdem Freunde sein. Vielleicht finden wir dieselbe Frau hübsch oder das gleiche Auto toll oder was. Und dann haben wir uns doch wieder gefunden. Also deswegen müssen wir uns ja nicht gleich anfeinden. Aber man kann ja gerne drüber reden. Was gab es da noch? Irgendwie war da noch so ein witziger. Ja, ich weiß nicht. Es gab noch irgendwie so ein paar... Wieso finde ich das jetzt nicht? Es wird doch viel zu lang, schon 35 Minuten. Wie soll ich das bloß hochladen? Ich hoffe, ich habe das... Also wer das jetzt nicht auf 1,5 Geschwindigkeit abgespielt, das Video, wer das echt so laufen lassen hat, ne? Der muss das jetzt... Derjenige kommentiert jetzt, ich habe es auf Einkaufeln laufen lassen. Ich schicke dir in 2, 3 Monaten, will ich ja eigentlich wieder meine Fertigung mal so ein bisschen aufbauen. Dann mache ich dir gleich so eine Bambusspardose, so eine kleine, aber nur. Und die schicke ich dir dann. Also wirklich. Wenn du das Video auf volle Geschwindigkeit, auf einfache Geschwindigkeit abgespielt hast, ich schicke dir eine Bambusspardose. Echt. Ja gut. Nur ist illegal. Den mit dem Microsoft haben wir auch besprochen. Völlig krank, der Typ. Beantwortete, unbeantwortete Kommentare. Habe ich da noch was? Was? Ich dachte, da war noch was. Businessplan, Vertriebler das Geld weg. Ja, Argos, danke nochmal für den Tipp. Sag nie am Anfang des Videos. Nichts uninteressantes, nichts uninteressantes, alles kommt. Ja, alles klar. Ich habe wahrscheinlich wieder die Hälfte vergessen. Ich weiß auch spontan raus. Die Kleine ist noch wach. Eigentlich habe ich jetzt gar keine Zeit für ein Video. Aber was soll's. Ja, schreibt mir. Ihr müsst ja auch nicht hier, wenn ihr... Damit pusht ihr noch meinen Channel, ne? Wenn ihr meine Videos kommentiert und so. Also wenn ihr das nicht machen wollt, könnt ihr mich auch gerne auf Facebook anschreiben. WhatsApp, Instagram, irgendwas. Facebook, ich sehe das aber manchmal nur so ein bisschen später. Nicht böse sein. Wenn das halt ein neuer Kontakt ist. Der ist nämlich in so einem extra Ordner und das kriege ich nicht immer sofort mit. Ich weiß nicht warum. Aber ja, kann ich noch weiter sagen. Ja, mehr habe ich jetzt erstmal nicht zu sagen. Jungs, es ist so. Ich habe ja vor meinem 35. Lebensjahr auch anders über manche Dinge auf diesem Planeten nachgedacht. Oder halt gar nicht drüber nachgedacht. So, und ich sage euch nur eins. Ihr fahrt da Elektroautos und Solaranlagen und Mülltrennen und hier und da. Und dann müsst ihr mal ein bisschen die Augen aufmachen, was auf dem Rest der Welt so abgeht. Und dann müsst ihr euch mal überlegen, ob das so toll ist, dass ihr in Europa eins der teuersten Länder für Strom, also der Strompreis am teuersten ist. Und dass viele Leute jetzt echt ein finanzielles Problem bekommen, weil die ein schickes Auto haben mit einem hochmodernen, sehr sparsamen Verbrennungs-Dieselmotor und das Ding bald nicht mehr fahren darf und so weiter und so fort. Also da solltet ihr mal wirklich drüber nachdenken, ob das so alles richtig ist. Aber drückt euch erstmal kurz noch eine Bill Gates-Gen-Manipulierende Spritze rein und euren Kindern auch. Weil, man hat ja auch schon rausgefunden, dass bei den vergangenen Impfungen, die der Gates so gemacht hat, dass da die Fruchtbarkeit dann nicht mehr halt gegeben war. Und das kann dann ja in diesem Fall jetzt in dieser Konstellation bei den Kollegen jetzt vielleicht manchmal gar nicht schaden, wenn ihr nicht noch Kinder auf die Welt setzt, denen vielleicht auch noch jetzt TikTok oder sonst was YouTube-Schrott vor die Augen hält. Ob das so gut ist für diesen Planeten, für die weiteren Generationen, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Ja, also alles kein Hate und so, ist ja klar. Also ich hate, ich habe da, ich habe, ich hate ist ja hassen, kommt ja von hassen. Ich hasse ja niemanden. Also ich kann niemanden hassen, ich kann nur versuchen, dir ein bisschen zu erklären, Mensch Junge, pass mal auf, du siehst das zwar so und so, aber in der Realität sieht das auch ein bisschen so und so aus. Und ja, da kann man dann auch nochmal weiter drüber reden oder was. Oder diskutieren oder wie auch immer. Das kann man gerne machen. Ich kann dir gerne hier noch viel erklären. Guck auf mein Facebook, da sind, ich habe als erstes ein bisschen Schrott gepostet, auch mal ein paar Musikvideos, mache ich sonst eigentlich nicht, hatte aber auch noch so einen gewissen Hintergrund. Da kannst du auch sehen, wenn du mal ein bisschen scrollst, also ein paar Ketten, die da hier auf den Philippinen so was franchisen. Und dann guck dir mal das Essen an, den Scheiß. Den gibt es ja in jeder Ecke zu kaufen. Also was Neues ist das nicht, ne? Also was Neues ist das ganz und gar nicht. Wie gesagt, ich habe meinen Laden hier schon gehabt. Ich weiß, und das war nur auf dem Universitätsgelände und die haben mir schon die Haare vom Kopf gefressen. Also wenn ich hier bald loslege, dann verkaufe ich da schon genug. Das passt schon. Und wir werden unseren Angestellten auch ein relativ gutes Gehalt geben. Also man kann sagen überdurchschnittlich. Also tatsächlich überdurchschnittlich. Ich weiß inzwischen von fast allen kleinen Verkaufs-Gastronomie-Dingern, was die Angestellten so bekommen an Gehalt und auch noch so Extras. Da gibt es manchmal so noch Jahresbeträge und Versicherungen und hier und da, klar. Und das weiß ich alles ganz genau. Und da werden wir besser sein. Da werden wir besser sein, da werden wir denen noch mehr zahlen. Was für mich weniger Gewinn bedeutet, aber trotzdem noch ein bisschen. Und das reicht für mich auch aus. Denn meine Millionen, die plane ich nicht mit einem Gastronomie-Business hier zu machen, sondern die werde ich ganz automatisch, das war auch nicht geplant, mit meinen Bambus-Produkten in Europa machen. Aber ich produziere sie halt hier. In diesem Sinne reingehauen und wieder oder wieder nicht vorbeigeschauen. Und schickt das Video an niemanden, weil das war jetzt echt so völliger Trash 40 Minuten.